Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unseren Graphen. Wir sind immer noch bei der Datenstruktur, weil wir immer noch nicht alles kennengelernt haben, was Graphen eigentlich so darstellen können. Und ja, manches davon ist tatsächlich immer noch wichtig für manche Algorithmen. Und ich habe mich dafür entschlossen, zuerst die Datenstruktur wirklich zu Ende zu führen, bevor wir mit den Algorithmen beginnen. Das heißt, lasst uns anfangen mit den gewichteten Graphen, einer weiteren ganz speziellen Unterspezies der normalen Graphen. Die gewichteten Graphen sind nicht wie normale Graphen, sondern sie haben alle ein Gewicht. Wow, okay, da hättet ihr selber drauf kommen können. Aber ich meine damit folgendes hier. Jeder Graph hat oder jede Kante hat quasi Kosten, die man entlangfährt. Und das modelliert die Realität wirklich verdammt gut. Stellt euch irgendeinen Prozess vor, den ihr tagtäglich durchführt und jeder dieser Prozesse hat gewisse Kosten. Ihr könnt euch das von mir aus sogar als Algorithmus vorstellen. Ihr habt einige Unteralgorithmen in eurem Algorithmus drin. Das hier ist das Sortieren von den, oder das hier bezeichnet das Sortieren von den Daten zum Beispiel. Das sind die Daten als Zustand 1 sozusagen, also ganz am Anfang. Das sind die sortierten Daten, das kostet 3 Laufzeit. Das ist etwas anderes, zum Beispiel das Großschreiben aller Daten. Das heißt, ihr habt zum Beispiel Zahlen bzw. Buchstaben und die wollt ihr dann alle in Großbuchstaben umwandeln. Das kostet euch 5 Leistungen und dann müsst ihr sie nochmal reparieren oder sowas. Und das kostet euch dann nochmal 1 Leistung. Und so könnt ihr euch das wunderbar vorstellen. Ein weiteres wunderbares Beispiel mehr aus der Realität würde ich jetzt mal so... Also klar, Realität ist relativ, aber aus der Praxis eher, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid oder irgendwie mit dem Fahrrad oder sowas, stellt euch folgendes vor. Ihr seid in München, ihr fahrt nach Stuttgart, das kostet euch 3 Stunden. Ihr fahrt nach Berlin, das kostet euch 5 Stunden. Zeiten sind hier relativ übrigens, das wird sich in der Praxis unterscheiden. Und dann fahrt ihr nochmal nach, I don't know, Leipzig oder sowas. Das kostet euch 1 Stunde. So, und das heißt, ihr habt insgesamt 3 Stunden nach... Ich glaube, ich habe Stuttgart gesagt, ne? 3 Stunden von München nach Stuttgart, 5 Stunden von Stuttgart nach Berlin und dann wiederum 1 Stunde nach Leipzig. Wenn ihr allerdings direkt fahren würdet, also von München nach Stuttgart nach Leipzig, dann würdet ihr 3 plus 7 Stunden brauchen, weil der Weg scheinbar blöder ist. Das heißt, ihr seid hier nicht schneller und ihr seht, worauf das hinausläuft. Man möchte mit diesen Graphen wirklich möglichst effiziente Algorithmen haben, aber natürlich muss man solche Graphen auch erstmal bauen. Das ist gar nicht so einfach, so eine Datenstruktur überhaupt aufzubauen. So, eine kleine, ganz besondere Untereinheit sehen wir hier unten an unserer Schleife. Manche Kanten können auch negative Gewichte haben. Das könnt ihr euch so vorstellen, ihr macht zum Beispiel Operation A, Operation B und Operation C bringt euch irgendeinen Benefit, also irgendetwas, was euch gut tut. Irgendwas, was die Laufzeit sozusagen wieder aufholt, ja? Das heißt, ihr bekommt etwas von dieser Laufzeit. Das heißt sagen, oder von dem Prozess, den ihr da gerade macht. Das kann man wunderbar an Geschäftsprozessen modellieren. Man kann hier zum Beispiel sagen, das erste kostet mich 3 Euro, das zweite kostet mich 5 Euro und danach bekomme ich jedes Mal, wenn ich diesen Prozess hier ausführe, 1 Euro zurück. Und den kann ich natürlich unendlich mal ausführen. Das heißt, ich werde hier das Ganze so lange machen bis ins Unendliche rein, weil ich hier natürlich jedes Mal 1 Euro wiederkriege und hier müsste ich wieder einen bezahlen, kann dann nichts mehr machen. Also bleibe ich natürlich hier und führe diesen Prozess hier wirklich unendlich oft aus und bekomme dadurch auch natürlich unendlich viele Euro wieder zurück, ja? So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Und ja, das sind tatsächlich interessante Ideen, die man alle in Graphen modellieren kann. Es kommt, wie gesagt, stark auf euren Anwendungsbereich an. Wir wollen uns da aber sicher noch ein paar Beispiele aus der Praxis angucken. Aber wie gesagt, diese Serie hier soll sich natürlich hauptsächlich auf die Datenstruktur und den Algorithmus stürzen und weniger auf die Anwendungsmöglichkeiten. Das ist eine Grundlage der Informatik und ihr werdet das in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen wiederfinden, okay? Also falls ihr euch gerade nicht sicher seid, wofür ihr das braucht, nehmt einfach zum Beispiel meine Beispiele. Aber ansonsten könnt ihr einfach auch mal meine anderen Kurse angucken. Da findet ihr definitiv noch sehr viel mehr davon. Gut, ja, das sind gewichtete Graphen. Wichtig, eine Sache noch, jeder Graph ist entweder gewichtet oder ungewichtet. Es gibt nichts dazwischen. Das heißt, entweder haben alle Kanten ein Gewicht, also die Gewichte beziehen sich immer auf die Kanten. Und alle Kanten haben ein Gewicht oder keine Kante hat ein Gewicht. Dann hat man einfach nur einen ungewichteten Graphen und das führt dann quasi zu dem, was wir bisher immer gesehen haben. So, und ja, dann geht man meistens einfach von einem Standardgewicht von 1 aus, beziehungsweise Standardkosten von 1 für eine Kante aus. Aber mit dem gewichteten Graphen hat man dann natürlich einfach nochmal mehr Optionen in den meisten Fällen. Okay, wir werden das natürlich nochmal aufgreifen in den Algorithmen für diese Datenstruktur und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.